Das Spiel hat um 14 Quadranten noch sowas und kriegt aber echt solche Fähigkeiten da zusätzlich. Keine Ahnung, brauchen wir nicht, wir machen so, guck mal hier, alter, richtig schön, mit der Brille sogar auf. Ich find's schon mal richtig cool, dass wir bis jetzt immer ne andere Map hatten. Aber du hast keinen Hut mehr auf, oder was? Doch. Achso, dann ist das der andere. Siehst du aus wie der Winnicott-Chip? Nee. Ah, jetzt seh ich dich, ich seh viel cooler aus. So, jetzt noch schön dreckig machen, Schleim, Schlamms, Schlamms. Okay, wir müssen Fischerdorf im Osten erreichen. Winkelst du hier wieder einfach den Schlamm, ja? Ach, ist das Schlamm eigentlich? Genau. Kann man eigentlich tauchen? Nee, geht leider nicht. Ich denke mir hält das Schlamm an, ewig. Nee, nee, nur so ein paar Minuten. Ja, ich weiß auch nicht, ob es so viel bringt. Oh, hier sind Gegner. Scheiße, Alarm ausgelöst. Das ist das, eigentlich was wir mal vermeiden müssen. Ja. Erledigt den Sniper. What? Bin ich? Nein. Wieso sehe ich hier so viele Orangen? Ja, die müssen wir, irgendwas müssen wir noch machen. Hier Informationen sammeln. Meine Güte, ich kann halt auch nicht zielen. Ich auch nicht. Bei dem Spiel ist es wirklich sehr schwer. Erstaunlich, wie der Fass, also es ist ja gut, recht gut, erstaunlich. Anfang fand ich auch ein bisschen komisch, aber jetzt... Ich finde, das läuft ein bisschen langsam. Achtung, da habe ich das Fass angebolzt. Ach so, das sollte man vielleicht machen auch. Oh, irgendwas ist hier passiert. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe das Fass da angeschossen. Oh, noch mal. Oh, ich will mir das passieren. Deswegen musste ich gerade meine Spritze benutzen. Ja, sorry. Ich dachte, da wäre noch ein Gegner, aber das musst du. Okay. Was soll man machen? Ich höre ihn. Nach Computer. Da oben, da oben. Da so. Da rechts. Da ist er. Da. Okay, ich gehe mal auf Predator, ja. Da hinten. Ich sehe ihn nicht, aber von da kommt der Schuss immer. So, Radisi, wir müssen den Computer finden. Und dann nehmen die aufs Korn und wir machen Hacker-Action. Okay, scheiße, ich bin in 100 gefallen. Durchsuch das Gebiet. Wo würde ich einen Computer hinstellen? Boah, die Map ist so ein bisschen grafisch überladen, oder? Hier sieht man gar nichts. Hier ist Heilung. Wenn es jemand braucht. Ja, ich eigentlich. Na, dann nimm hier etwas. Da musst du dich keine, da musst du keine. Ich halte schon die Bäume. Hier ist ein Computer. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Das ist dann manchmal bescheuert. De, 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 de. Ich bleib stehen nicht gut. Boah, die Map ist das so noch karte. Oh, die Map ist das so noch karte. Ah, ich habe gut, wir finden... Ah, da hinten ist es, da hinten ist es. Wo war das denn danach? Alles ruhig, ja. Er macht nichts. Ich weiß nicht, wo die... Du siehst, es glaube ich auf der Map. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, da hinten ist er. Okay, Upload. Da, hier, da hinten rum hier. Ich sehe ihn, ich habe mich hier. Upload wird gestartet. Und... Headstart! Der fast. Er ist runter, 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 runter gesprungen. Okay, es kommen normale Gegner. Er ist hier, er kommt auf mich zu, ich komme zu euch. Ah, Achtung! Wir haben zur Teich, im Teich ist er im Teich. Da ist er, da, hier. Alter, wer auf... Gewinn, gewinn, gewinn. Er ist da irgendjemand. Ich bin da und ich bin da und ich bin da und... Er mag es nicht. Ich habe mich ein paar Mal mit dem Pumpkin erwischt. Oh, er ist fast tot. Im Kampf gefallen, bist du mir nichts gefallen? Er ist hinter dir gewesen. Er haut ab. Aber ich muss doch nicht mich hinrichten. Nein, das kann er, aber so kann ich dich wieder aufheben. Ich lasse dich hier nicht weg. Alter, was bannen die hier eigentlich alle wie so wild? Fuck, wenn er jetzt kommt, ist immer im Arsch. Mann, ey, es ist aber auch manchmal so langsam, ey, die Steuerung. Ach, Gunther, du bist tot oder was? Komplett? Ja, ja. Fuck you. Der hat mir auch gar nicht hinpflichtet oder sowas. Ne, ne, also wenn er dich... Er kann dich auch so töten. Alle beiden dann neutralisieren. Oh, shit. Da kommt, ich habe keine Heilung mehr. Da kommen wir mit. Komm mal mit. Hier in der Hütte war noch was. Wir müssen Gunther irgendwie... Warten das. Irgendwo war das. Männchen war das, gell? Team Alarm München. Verstärkungsmission. Hier, hier ist es. Team Alarm München. Alarm München. Ja, er hat mich umgebracht. Yo, Steuerung der Hölle, wo bin ich hier? Alter. Außergefecht. Alter, die Steuerung ist wirklich... Das ist... Auf der Map ist die Megakacke. Das läuft doch hier mit 10 Bildern pro Sekunde. Oh, der heilt mich. Also mir hat er gerade die Eingeweide mit Kopf rausgerissen. Und wieder tot. Alter. Er ist direkt... Ja. Also wenn es so offensichtlich ist, dann ist es echt... 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 Gefährlich. Und dann gleich... Ja, ja, ja. Keine Chance. Wir haben auch viel zu lange gebraucht für den Upload und den ganzen Zeug. Aber ich finde, es läuft auch auf der Map echt verdammt langsam, das Spiel. Da haben sie grafisch... Nee, die Map ist nicht das Problem eigentlich für mich, oder? Also ich konnte nicht gut zielen, das war zu lahm. Dann sind sie zum Orientieren kacke. Oh! Scheiße. Oh, shit. Tot. Uh! Da wird er. Zack! Zack! Voll geschnetzelt, ey. Warm. Guck mal, der hat jetzt keinen Kopf mehr, aber dafür hat er die Waffe auf den Kopf. Hallo? Hallo? Bitte? Bitte, hallo? Alter, der wäre stark. Du hast doch gesagt, wir sind am Arsch, wenn er jetzt kommt. Und dann kam er. Ja. Alle platt gemacht. War auch relativ schnell, hat er uns platt gemacht, ne? Das war jetzt nicht irgendwie... Wir kamen nicht besonders weit in der Mission. Das ist der Hammer. So, wo wollen wir denn starten hier? Ich bin der Einzige, der was gesagt hat, ne? Nee, ich hab hier Frachtladung gesagt. Okay. Abgestürzte Ladung. Ich sag schon was. Ich hab was anderes gewählt. Ich hab mir gedacht, da könnte ja Waffenladung sein. Achso, ich hab nicht aufgepasst. Was muss man machen? Waffen, Frachtladung, Waffenladung finden oder so. Zerstören, weiß nicht mehr. Oh, das ist die Minigun oben. Links. Im Heli. Ah, wer hat denn da den Mundschutz auf? Ist ja fesch. Ich hab die ganze Zeit schon den Mundschutz auf. Nee, das... So, los, Leute. Einmal in die Tümmel jeden, ja. Erstmal ein bisschen... Alles klar. Was? Hier haut er erstmal schön ab. Achso, meinst du hier Schlamm? Ach, ist sowieso egal. Der weiß ja sowieso, wie wir sind. So, aber wenn ich das hier alleine bin... Oh, hier ist hier rechts einer. Was? Was? Ich sag also, hier... Da kommen welche. Abschießen. Geil, man kann den Kopf abschießen, wenn sie auf dem Boden liegen. Ja, ja. Du kannst auch Arme abschießen und alles. Das ist echt ziemlich brutal. Sehr schön. Radisi. Von Bisi. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Habt ihr denn jetzt eine Schrotflinte? Nee. Ich hab eine. Achso, doch, aber... Soll ich die lieber auswählen, oder was? Statt der Pistole? Jaja, auf jeden Fall. Äh, statt... Anstatt der Pistole, ja. Aber soll ich die auch jetzt lieber nehmen? Nee. Kommt drauf an. Also wenn du Gegner hast, die zwei Meter vor dir stehen, oder auch die hier, da rentiert es sich echt. Guck mal hier, ein Schuss und der ist sofort weg. Na, aber da muss ich erstmal treffen. Ja, du musst nicht mal zielen. Die haut ordentlich rein. Ja, hab ich grad versucht. Ja, jetzt mach ich nicht. Hier, geradeaus. Töte. Oh Mann, Leute, du musst auch beißen. What? Oh, das ist so deppelig, ey. Heiligstückle. Oh, jetzt hab ich erst die Schrot. Kann ich das ausmachen? Was? Nee. Jetzt müssen wir, jetzt kommen mehr Gegner halt. Jetzt müssen wir da durch. Da vorne. Also ich bin hier oben drin, ich hab mal gemarkert. Achtung, Fini Gun! Vielleicht können wir auch den Predator irgendwo... Ah, wenn du ihn schlägst, wenn du normale Gegner mit der rechten, rechten Stick reindrückst und schlägst, dann taumeln die. Vielleicht taumelt auch der Predator. Ich glaube zwar nicht, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon jemanden umgebracht habe. Wo seid ihr? Das ist ein Tromisch. Was ist die Dörer? Auf Computer zugreifen. Wir werden die Kisten als Ersatz. Ich schaue auf die Bäume. Oh, der wird geballert mit Bababoo. Wo denn? Weiß ich nicht. Da sind? Da hinten war, haben wir gesehen, äh, da irgendwo da, von der Richtung genau da, wo er hinzeigt. Da ist er ja, hier hin, hier hin. Und... Headshot! Jawohl. Da ist er oben. Da ist er runter. Rundherum, wie gut, rundherum gesprungen. Wenn Munition braucht, hier ist was. Ich höre ihn. Dittl, 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 dittl. Er ist nah. Er ist, ja, er ist irgendwo hier oben. Ja, da. Hier drüben, Leute. Kann ich das machen? Ja. Ja. Da ist er. Ich glaube, er ist jetzt auf dem Dach. Was wäre ich mit dem Dach? Oha, er ist bei mir! Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich gekillt. Er reißt mir gerade meinen Nacken raus. Fuck. Er hat noch 56 HP. Wie könnt ihr das sehen? Das wurde mir gerade angezeigt. Okay, müssen wir was machen hier. Eine Kiste befindet sich in der Nähe. Sieht gepanzert auf. Eine Kiste befindet sich in der Nähe. Ja. Headshot. Okay. Ich nehme dir jetzt nicht zur Runde, nehme ich auch mal. Äh. Ich, ähm. Ich kann leider euch noch nicht alarmieren. Ich höre was. Ich höre irgendwie was. Über die, über die, über die, über die. Ja, da oben, auf dem Gebäude ist er. Ja, er wurde angeschossen. Er blutet. Das Ding hier irgendwie aktivieren? Nein, 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 nein. Die Munition war, da wo ich gestorben bin, unten drunter unter dem Gebäude, gibt es Muni. Brauchst du denn Muni? Nee, ich brauche, ich, ja, ich, will wissen, was hier weitergeht, wie es funktioniert. Ich sehe einfach nur das Ding hier und, ähm, wann es fertig ist oder was? Das ist, da ist nix. Das ist, äh, da kann theoretisch Muni liegen. Wir müssen dicht beieinander bleiben. So, hinter dir, Radisi, hinter dir, hinter dir ist er. Beweg dich, beweg dich, er ist bei dir, er ist bei dir. Er hat dich gerade geschnetzelt. Er läuft dir hinterher. Radisi, wo ist er denn? Bei uns oder was? Irgendwo hin, ne? Ihr müsst zusammenbleiben, er ist hier. Er hat sie gerade einmal, der hat diesen Stab. Nein, er ist irgendwo auf dem Gebäude. War er da nicht gerade bei Kuschel? Ja, da, 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 ich sehe ihn. Da. Da, ich habe ihn markiert. Ach so, Dark, 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 erst bei dir, Dark. Schieß doch, schieß doch. Einfach schießen. Der blutet doch dann. Ja gut, Gunter, einfach schießen. Ich hatte den Pappgarten, er hat das Recht einfach schießen. Oh, scheiße, außer Gefecht. Ah, Radisi, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich kann nicht, ich bin nicht am Boden. Gunter, nimm die Schrotflinte, denn die Schrotflinte, Gunter, was machst du? Ah, er hat mich los. Gunter, schieße an. Er kippt mich gerade. Ah, fuck, ey. Kann ich nicht heilen? Nein, 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 das ist tot. Da ist kein Kopf mehr dran, Gunter, da ist kein Kopf mehr. Das ist keine Krone. Ach, du bist angeschossen. Ach, das ist schweim, ach so. Oh Gott, Gunter, wie willst du dich heilen, der keinen Kopf mehr hat? Aber du bist ja, das ist ein, das Schleim, das ist vom Predator. Ich kann alles sagen, ich nehme das an. Bin nur noch ich da, oder wie, oder wo, oder was? Ja, du bist nur noch da. Du brauchst jetzt Munition und musst uns heilen. Ich pingle hier auf der Map. Du siehst doch irgendwo, wo du uns wiederbeleben kannst, oder? Ja, ich sehe das für eine Figur. Und ich bin da schon im Schleim bedeckt. Sehr gut. Er ist hinter dir, er ist hinter dir. Ja, man hört's. Da ist eine Heilung rechts neben dir. Da in dem Gebäude links. Links hinter der Ecke ist Heilung gewesen. Wo ist das Teil? Ach, da auch hier oben. Das ist ein Schwein hier. Ja, das ist Schwein. Das hat mich ein bisschen irritiert. Was das ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht die Heilung. Egal, Viereck. Komm, 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 komm. Ja! Sehr gut. Ah, das ist die Verstärkung. Sehr gut. Zeigt ihr alle jetzt da, oder wie? Nein, ich bin nicht da. Noch niemand. Keine Ahnung. Das dauert, glaube ich noch. Müsste ein Timer dann kommen. Ja, gut, er muss durchhalten. Ey, aber der eine, der liegt doch noch am Boden hier. Dark Period. Der lebt doch noch. Der liegt am Boden. Stimmt, den kannst du heilen. Den müsstest du eigentlich sehen, oder? Ja, dann kannst du eigentlich wieder beleben. Das rohe Ding da, was? Das rote Ding. Oh, da ist er. Vor dir. Direkt hinter dir, direkt hinter dir. Schieß, schieß aufs Fass, aufs Fass. Er ist wieder weg. Er ist wieder weg, ja. Ich halte mich mal. Aber wo muss ich jetzt hin? Da ist so ein komisches, wie so ein Propellerzeichen. Da war eben so eine Figur. Muss ich jetzt hin wieder? Das ist ausgerüstbar. Da ist er rechts. Achtung, da ist er geradeaus vor dir, war er. Ach, hier, Fässer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo soll ich denn hingehen? Ich will euch holen, wie geht es denn? Den Typ heilen. Ja, wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Musst du doch auf der Map sehen, oder? Ich sehe nichts. Nee, ich glaube, der ist weg. Nur ein Ausrufezeichen ist nicht ein rotes, wo ich 91 Meter entfernt bin. Ja, dann geh da hin. Ja, ich glaube, der ist durch... Und wann kommt ihr jetzt? Die Verstärkung aufgehalten. Die Verstärkung aufgehalten. Das kriege ich hoch. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, der ist durch... Ich hätte das rote Ausrufezeichen. Ich glaube, der ist durch die Map gefallen. Guck mal, Radisi, du kannst R2 drücken. Da könnte man ihn theoretisch beobachten, aber... Da wackelt die Kamera nur. Ich glaube, der ist irgendwie aus der Map gefallen. Nö, R2, der sehe ich ja nur runter. Ja, eben. Da steht ja da. Jetzt sind wir das Männchen hier. Sieben Meter. Über die, über die, über die, über die. Verstärkung, wir sind da. Wir sind da. Wir sind wieder da. Alle? Franz? Jawohl. Achtung, er ist hinter euch. Er ist hinter mir. Ich fange ihn an. Oh, aber er müsste... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Noch könnt ihr mich heilen. Ich bin nicht... Deckung. Ich heile einfach. Ich habe ihn ordentlich... Und da, Gunther, du musst dich heilen. Du musst dich heilen. Du bist gleich tot. Ich habe nichts zum Heilen. Doch, hier an der Wand. Hier an der Wand. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich heile mich mal fürs... Oh, Gott sei Dank. Ich habe mich alle. Richtig hartgehalten. Okay. Wollen wir einfach mal weitergehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit noch. Oh, jetzt hat er sich geheilt. Los Leute, weiter geht's. Der andere ist jetzt auch tot. Der ist jetzt... Er ist rechts, er ist rechts, er ist rechts. Rechts am Fluss lang. Da hinten ist er. Da ist er. Hat man geschossen. Er hat sich gerade geheilt. Er hat er im Fluss... Weiter, 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 weiter. Er hat mich schon wieder erwischt. Ich halte mich. Oh, meine Granate ist da guter Weg. Das ist frech von dir. Ja, ich habe ihn noch... Er hat mich am Anfang... Scheiße. Er hat mich... Oh, ich verstehe es echt nicht. Er ist in die Granate reingelaufen und ich schieße ihm noch sieben Schrotflinten entgegen. Ich verstehe das nicht. Wie willst du ihn killen? Du hast keine Chance. Also, wenn er ihn offensiv macht, dann... Er ist schon ganz heftig. Hä, wer ist denn da jetzt da? Alter, ich höre es nur schnetzeln. Ja, jetzt bist du dran. Alter. Ja. Mann, ey. Das war kurz vor knapp. Ist da noch jemand? Wie sieht er denn aus? Ich verstehe das aber echt nicht. Ich habe es gesehen. Er ist in die Granate reingelaufen und noch komplett sieben Schuss Schrotflinte. Alter, der hält schon sau viel aus. Der war direkt bei mir. Ich habe die ganze Zeit nur geballert. Duuut. Aber. Wir hätten ihn einfach töten müssen, als der im Flussbett saß. Da war er kurz vorm Ende. Ja. Ja.